Herzlich Willkommen zu Deutsch mit Martin. Halloween Edition. Das kleine Mädchen könnte dich auch fressen. Dürfte ich bitte dieses Messer hier nehmen? Wer könnte, werde er dieses Messer hier nehmen? Jemand sollte das Haus anzünden. Am liebsten werde ich dich auffressen. Dürfte ich bitte plötzlich von hinten kommen? Ach, er musste mal das Problem ganz anders lösen. Wenn er konnte, werde er das Haus anzünden. Hashtags müssten explodieren.